um ich bin die lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Aragami Jau wir sind im siebten Kapitel es geht gut voran wir sind auf dem Weg in die Stadt und da vorne ist der nächste Grattler der nächste Schütze den wir nach Möglichkeit umnieten können vielleicht wow langsam geht nimmer darf ich nimmer hör auf wieso darf ich da nicht hoch hier vielleicht yeah ja versteckt war es leider nicht kann auch gar nicht sein aber wenigstens so passt aha da wäre eine Treppe gewesen ha ich Schlauffuchs naja so Kurosu die sind jetzt alle Richtung nächstes Ziel also Zielgebiet haben wir jetzt da alle Grattler schon besiegt na da ist ja noch einer und Schuss das ist die Frage ob da noch jemand ist ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen da kann man auch hoch nö ich hatte schon das Schlimmste befürchtet ich glaube wir haben alle glaube ich so wir müssen jetzt weiter Kurosu wohin darüber darüber das soll stimmen da unten durch ne hier ja das ist schon eher so jetzt muss ich nochmal rufen aha da haben wir einen Schrein dort geht es weiter und da drüben müssen unsere Schriftröllchen sein es wurde gespeichert das ist mir das allerliebste da drüben war jetzt nur weiter Weg ne ja hier ist viel versteckt das heißt da müssen wir hin da müssen wir leider hin das heißt ich muss mal darüber halt so dann da haben wir den Schrein wie gesagt da drüben geht es weiter was was ist das kann das ein neues Schwert noch eine Erinnerung des Generals war er auf der Flucht es schien sehr lange her zu sein der Mann mit der Augenklappe und dieses Schwert es gibt kein Zweifel es ist also wahr Hyo ist tot ich wusste es ganz tief in meinem Herzen war ich sicher aber ich wollte es nicht glauben wieder und wieder nehm mir die Mächte des Lichts die die ich liebte und liebe Mutter Vater Hyo sie werden bezahlen für wen halten sie sich denn dass sie mir den Boden unter den Füßen vorreißen können in meiner eigenen Heimatstadt Yamiko es tut mir leid ich ich habe die Beherrschung verloren Hyo wird gerecht werden sie alle werden gerecht werden was ich bin immerhin ein rachsüchtiger Geist Aragami jo neben können wir das Schwert nicht ne no wir haben hier unser eigenes sozusagen gut aha dann ging das wohl nicht anders als wir hier und so ok dann war das dann ist das eben so schliche Schleichschleich ist das da unten so ein Licht Talisman oder sowas schaut ein bisschen komisch aus ehrlich gesagt äh so Soldaten das Grabmal der gefallen ist nicht weit der Feind nährt sich lässt lasst nicht zu lasst nicht in euren was lasst nicht nach in eurer Wachsamkeit so Entschuldigung großartig nochmal rufen 28 35 44 da gibt es zwei Wege mhm doch da unten Entschuldigung da musste ich mal kurz husten da unten geht es definitiv weiter da kommt er der muss leider weg ok das klappt nicht da bin ich zu weit weg die Tafel so den mal entsorgen ist das Was ist denn das für eine Flamme? Das ist ja was komisches. Bogenschützen, okay. Ich werde probieren. Zwei. Das habe ich nicht gut gemacht. Scheiße, nicht gut. Ja, nicht gut. Ähm, besser machen. Was? Minus 500, das kann jetzt nicht stimmen. Ich habe ihn schon geladen. So. Ach, herrje, Mini. Da muss ich echt warten. Okay. Und schüß. Passt. Weg mit dir. Dann vielleicht da oben. Warten, warten, warten. Warten. Und weh? Das ist ja gut. Und weh? Das ist ja gut. Ich hab dich. Das ist ja gut. Uah, schnell! Na, wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung, wo der jetzt ist. Aha, von der Seite, warte mal. Ah, mir juckt der Finger. So. Dann wohl so. Mach ihn tot! Ist ja nicht zu glauben, oder? Ach, jeje. So, kann ich hier runter? Und die Lichtkugel vielleicht ausmachen? Sehr fein, das ist schon mal viel angenehmer. So, ich fürchte, in einem dieser Zelte wird meine Schriftrolle sein, die ich suche. Häng ich da rauf? Theoretisch schon, oder? Das heißt also, in dem Haus müsste sie sein. Okay. So einfach ist das dann doch wieder nicht. Okay. Ein oder mehr? Das lief gut. Erstaunlicherweise. Puh. Da drin ist niemand mehr sonst, ne? Nein. Da ist sie. Yeah, wir können was Neues lernen, Matt. Das geht echt so supi. Aber was? Was nehmen wir? Hm. Falle? Kunai wäre mir ehrlich gesagt ganz lieb. Ziele auf einen entfernten Feind und drücke E, um ihn mit einem Kuhnau zu töten. Supi. Äh, zurück. So. Supi. Hui, husch. Sehr gut. Wah, da drüben sind welche. Gut. Wir rufen Kurosu. Jetzt haben wir, glaube ich... Ah, da drüben sind noch zwei. Okay. Okidoki. So, jetzt sind wir noch an diesen Deppen vorbei. Beziehungsweise würde sich hier eine Falle anbieten. Mal schauen, wer jetzt alles kommt und tut. Eins, zwei, drei. Nur drei. Nur drei. Dann weg mit euch. Futsch und weg. Wie C war Wisch und weg, ha? So. Das zu denen. Aragami, wir sind in der Nähe eines städtischen Abflusstors. Das könnten wir wahrscheinlich als Zugang nutzen. Okay. Vorne krebst auch einer rum. Mh, da ist zu viel Licht. Wow. Und da steht einer, ne? Ich muss mal weg. Das ist halt die perfekte Stelle, um ihn umzuhauen. Und tschüss. Passt. Weg mit dir. Da ist Licht. Das ist sehr gut. Das tun wir gleich ausschalten. Sehr, sehr gut. Okay. Das wäre super, wenn wir den da sehr gut hierher locken können. Können und könnten. Eins und zwei. Schlecht. Ich hätte nur einen gebraucht. Das muss ich beim nächsten Mal schlauer machen. Ihn vielleicht hierher locken. Wenn es so weit reicht. Ohne, dass ich den zweiten hier mitpulle. Au. Das natürlich ist noch besser. Okay. Wow. Das war Glück. Das war nur Glück. So. Und den Kerl. So. Wir hüpfen. So. Mal schauen. Jetzt. Sauber. Sehr, sehr gut. So. Mal die Finger kurz entspannen. Dann Kuroso mal rufen. Okay. Er meint alles da drüben. Jetzt müssen wir dann, also quasi alles schon in der Stadt. Wie mir das scheint. Haben wir hier auch alle Gegner. Ich glaube schon, oder? Nein. Haben wir nicht. So. Jetzt haben wir wieder einen weiteren. Aber jetzt müsste es passen, oder? Ich glaube, jetzt müsste es passen. Kann ich hier rauf? Das ist wahrscheinlich nicht so klug, weil ich nicht weiß, ob dahinter nicht Wasser ist. Dann würde ich sterben. Dann würde ich sterben. Dann wäre man hin und kaputt. Und ich würde sterben. Dieses Licht macht mich nervös. Also ich muss gleich sterben. La, 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 la. Das ist eigentlich... Ah. Was ist das eigentlich, wollte ich gerade sagen? Genau. So, und jetzt, ja? Da ist Wasser. Das weißt du schon, ne, Mädel? Ich habe kein Schatten-Dings. Deshalb kann ich nichts machen. Warte mal kurz. Einfach rüberhüpfen. Dann passt das schon. Ach, ihr Lieben. Gleich ist Weihnachten, oder? Nicht mehr lange. Circa einen Monat. Nicht circa. Genau einen Monat. Das ist ja der 24. Ich depp. Also für euch ist es ein paar Tage später. Aber ich nehme jetzt gerade wieder auf. Eine Aufnahmesession und so. Für mich ist jetzt gerade ein Monat. Vor Weihnachten. Und nächsten Montag. Also, was wird denn das färger sein? 25, 26, 27, 28. Dann möchte ich gerne mit dem Keksebacken beginnen. Yum, 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 yum. Das wird köstlich. So, usch. Endlich. Es fühlt sich an, als wäre ich seit Jahrzehnten nicht mehr hier gewesen. Wie weit ist das zum nächsten Talisman? Das hier ist die äußere Mauer. Kuroso meint, der nächste Talisman ist nahe der inneren Mauer. Wir haben noch ein Stück vor uns. Das passt uns eh, weil es gibt hier Rollenschrift. Uh, das passt mir aber auch. Den einen Schrein draußen können wir eh noch jemand holen, wenn es echt knapp wird. So, ich muss jetzt aber mal klubschen. Da drüben ist einer, ne? Super. So, schleich, schleich, schleich. Wo geht denn der Gratler bitte hin? Nicht schlau. Nicht schlau. Aber jetzt. Und tschüss. Der ist schon mal Geschichte. Gut. So, noch mal schauen. Da vorne ist eine. Zwei, drei gibt es noch insgesamt. Zumindest mal vor... Vorerst. Oh, Maradona. Warte. Was können wir am besten? Eins, zwei. Der dritte kommt gerade. Tschüssi. Tschüssi. Hihi, 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 hihi. Hihi, 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 hihi. So. Was haben wir? Haben wir hier irgendwas? Nein. 25 Meter in die... Und 26 Meter. Also alles mehr in die Richtung hier. Okay, der Gratler kommt hier durch. Und der da oben muss auch weg. Okay. So geht's auch. Nicht perfekt gewesen jetzt, weil es mich verlissen hat. Aber es geht. So. Da drinnen ist es echt nix. Nö, nur ein Durchgang, ne? Ja. Naja, das zeigt einem schon richtig an. Keine Sorge. Alles gut. So. Aber der Bogenschützdom, der geht mir auch noch auf den Keks. Jetzt habe ich mich vom Licht erschrocken. Der rote Lichtkreis da, ne? Alter. Alter. So, Kuroso. Also in dem Haus hier. Okay. Hier muss das irgendwo drinnen sein. Da am Tisch. Arm, auf und um den Tisch herum. Und weg mit dir. So, alles gut. Meuchel, meuchel. So. Und wir nehmen die Rolleschrift. Na, würdest du? Danke. Gell. Super. Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon wieder? Eine, oder was, ne? Ja. Wir haben eine. Gut. Mal nachschauen. Ich habe es nicht mehr gewusst genau. Ähm. Raus hier. Next one. Zehn Meter. Acht Meter. Acht Meter. Mhm. Da ist sie. So. Huch. Nein. Ich habe mich verdrückt. Das kann jetzt. Das muss ich jetzt leider stehen lassen. Tut mir leid. Naja, muss ich nicht. Ich habe sie jetzt eh. Ma, ist das doof. Echt vom Checkpoint nochmal. Ah, scheiß, der Hund drauf. Echt. Lösen wir sie auch gleich aus. Wir gesehen. So ein Pech. Voll verdrückt. Ich und meine kleinen Wurstfinger. Immer dasselbe. So. Rup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. So. Nächstes. Ist in diese Richtung. Okay. Acht Meter. Da drinnen. Da drüben. Was? Wie? Acht Meter. Neun Meter. Hä? Da oben? Ah, Licht. Okay. Licht wird einem auch angezeigt. Das ist ja aber fein. Das wird man natürlich auch weg machen. So. Dann werde ich nochmal, wenn ich beim Schreien vorbeikomme, nochmal rauslaufen. Da war doch ein anderer Schrein noch, ne? Und werde von dort dann einfach, ja. Meine Dinge jetzt wieder auffüllen. Weil ich so schlau bin. Nächstes. Da herüben. Bogenschütz, ne? Da oben ist auch einer. Mhm. Über uns, ne? So. Mhm. Mann, was tust du denn? Das ist echt doof da oben. Das sieht mich jetzt, ne? Das ist echt kacke. Aha. Alarm. Gut. Jetzt darf ich vom Checkpoint aus. Gut. Jetzt darf man. Hey, das ist ja kein Mod. So. Nochmal eine. Dreck. Aber. Nein, nicht so. Falsche Tasse. Der ist jetzt da drüben, der nächste. Okay, dann machen wir zuerst die Seite da. So, schleich, 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 schleich. 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 Gratla. Hast du Hauptmann Hikaru in der Zeit mal gesehen? Er war immer schon einschüchternd, aber jetzt? Ich weiß nicht. Ja, ich habe die Gerüchte gehört. Jemand meinte, dass die Magie mit den Hikaru und die anderen, die Schattenkaiserin gefangen halten, ihren Tribut fordert. Genau, äh, ja, zu weiter. Bei Hauptmann Yuki war es anders. Er wurde immer schwächer. Hauptmann Hikaru ist einfach nur heftiger geworden, finster. Nicht ganz er selbst. Er hatte immer ein Gefühl für Gerechtigkeit, für Erde. Aber jetzt? Jetzt tut mir jeder leid, der ihm im Weg steht. Gehen die zu zweit? Ja. Was? Ich habe nur gepfiffen. Achso. Ich verstehe schon, der Bogenschütz. Was? Ach, du kack Bogenschütze. Okay. Das alles ist schwer. Na los. Was? Warte. Okay. Sehr gut. Diese Pumschütze, ne? Na? Na? Ja, soviel dazu, ne? Ja, ja, vergiss es. Ja. Das war blöd. Ähm. Okay. Ich muss das sauberer spielen. Das geht so nicht. Ich muss es ordentlich spielen. Das geht so nicht. Es tut mir sehr leid. Nein. Das klappt nicht. Ich muss das sauberer spielen. Hilft nix. So. Wenn du schon so doof bist. Also wenn ich schon so doof bin und das nicht ordentlich hinbekommen tue, bin ich ja auch selber schuld. Weg mit dir. So, den haben wir auch schon. Ah, ich hab die Dinger vergessen. Ich bin so schlau. Ich hab den Schrein vergessen. Na? Würdest du? Perfekt. Es ist echt doof. Zwei nebeneinander. So. Ich muss mal schauen, wie das mit der Falle ging. Da konnte ich ja... ...ne Falle machen. War das karge? Nö. Ikunais. Na, was passt schon mit dem? Also Köder halt, ne? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Aber diese Bogenschützen, ne? Würdest du bitte rauf? Tja. Na, wenn? Muss der da drüben zuerst weg, ne? Der natürlich auch zuerst. Was? Und wieder versaut. Ach, das gibt's ja nicht. Es lief vorhin so gut und jetzt hau ich immer Futter neben. Aber der Party ist schon wieder zu Ende. Meine Güte ist das Kacka. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.